Hallo aus London, ich stehe hier mitten auf der Regent Street, einem der wichtigsten Einkaufsstraßen der britischen Metropole. Am kommenden Freitag eröffnet H&M hier den ersten Laden seiner neuen Marke Arquette. Wir durften uns vorab schon mal umsehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020